Oh, was spielst du da? Heroes of the Storm Darf ich gleich auch mal? Oh nein, Alter, wir haben nur einen Key Na ja, komm, du kannst mich doch wenigstens mal ein bisschen spielen lassen Komm, du kannst das auch noch morgen spielen oder? Nein, einmal nur ne Stunde Nein Komm, jetzt gib doch mal, jetzt lass mich doch mal Ey, Pfoten weg Jetzt lass mich doch mal Nein, Alter, gib her Nein, wenn ich nicht spielen darf, dann du auch nicht Das klingt ganz danach, als hättet ihr jemand Lust, ein Beta-Key für Heroes of the Storm zu gewinnen Dem zukünftigen MOBA-Kracher von Blizzard Und ich sage euch, mit Hilfe von moreheroes.de, da oben eingeblendet, verlosen wir von BATTV jetzt 5 Beta-Keys an euch da draußen Also wenn ihr mal Lust habt, mit dem Schwert durch Gegnerhorden zu metzeln Oder Laut ballernd mit Jim Raynor Diablo den Arsch zu versohlen Dann ist es jetzt die richtige Zeit, einen lustigen Kommentar nach unten zu setzen, warum genau ihr den Beta-Key verdient Das Gewinnspiel wird nächste Woche Donnerstag in unseren wöchentlichen Game-News aufgelöst Also definitiv nochmal reinschauen Um die Auflösung zu diesem Gewinnspiel auf gar keinen Fall zu verpassen Und auch damit ihr stetig mit neuesten News zu Heroes of the Storm und Co. versorgt werdet, könnt ihr auch unten den Abonnieren-Button drücken Ein Daumen nach hoch wäre natürlich auch nicht falsch Wir sind schon saumäßig auf die ersten Kommentare gespannt Wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder, wenn es heißt Game-News und Gewinnspiel-Auflösung Und vielleicht können wir auch mal zusammen das Schlachtfeld in Schutt und Asche legen Da oben geht's übrigens nochmal zur More Heroes Seite, euer Forum für Heroes of the Storm Bis dahin, euer Buddy und viel Glück beim Gewinnspiel